Dieses Dankeschön sage ich allen, die mitwirken, bei diesem großartigen Werk. Die Artistin Regina, Regine Giorda, hat heute aus gesundheitlichen Gründen leider absagen müssen. An ihre Stelle ist dankenswerterweise Frau Rieke Malotta getreten. Herzlichen Dank dafür, dass sie so kurzfristig die alte Platin übernommen hat. An ihre Stelle ist dankenswerterweise Frau Rieke Malotta, An ihre Stelle ist dankenswerterweise Frau Rieke Malotta, An ihre Stelle ist dankenswerterweise Frau Rieke Malotta, an ihre Stelle ist dankenswerterweiseТы, dass es deninal�eren Blbek Malotta ergensTM. Amen. 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 Amen.